Mein Name ist Dr. Martin Laser, ich bin Kardiologe hier in Nürnberg seit 2005. Wir betreiben mittlerweile seit vier Jahren ein eigenes Herz-CT und nutzen seit ca. zwei Jahren in Kooperation mit Caristo in Oxford die neu entwickelte Technik Cari Heart, mit der wir Herzgefäßentzündungen in den Herz-CT-Befunden entdecken können. Wir sind froh, dass wir diese neue Technik haben, die weltweit momentan als einzige ermöglicht, Herzgefäßentzündungen mit einem hohen Risiko für einen zukünftigen tödlichen Herzinfarkt zu erkennen, Patienten damit auch rechtzeitig behandeln zu können oder umgekehrt bei unauffälligen Befunden auch Patientenbehandlungen ersparen zu können. Das macht einen riesen Unterschied in der Diagnostik und der Therapie im Vergleich zu früher, wo wir diese Möglichkeit nicht hatten. Ich denke, das ist die Zukunft für die Kardiologie, mit dieser Technik individualisiert zu therapieren und Patienten zu behandeln.